Hallo meine Lieben, ich habe super Neuigkeiten für euch und zwar wurde mein Code bei Curaprox bis Ende des Jahres verlängert. Ist das nicht genial? Ich freue mich so sehr und das heißt nämlich, dass ihr jetzt bis Ende des Jahres ganz viel sparen könnt bei Curaprox und zwar 20% auf alle Produkte, egal was ihr bestellt, ohne Mindestbestellwert, bei jeder Bestellung spart ihr 20% auf der Homepage www.curaprox.de Leider gilt es nach wie vor nur im deutschen Online-Shop, nicht für Österreich und nicht für die Schweiz. Das konnte ich bisher leider noch nicht aushandeln und ja, tut mir leid, es gilt im Moment nur für Deutschland. Aber ich freue mich ganz, ganz doll darüber, dass er jetzt bis Ende des Jahres verlängert wurde, sonst wurde er ja immer nur im 3-Monat-Takt verlängert und jetzt, dass er bis Ende des Jahres gültig ist, auf jeden Fall, das gibt euch denke ich auch ein bisschen Ruhe. Wenn ihr zum Beispiel eine Scheizernbürste gekauft habt, dann wisst ihr jetzt auf jeden Fall, bis Ende des Jahres kriege ich alle Bürstenköpfe mit 20% Rabatt. Aber es gilt natürlich auch für die anderen Produkte von Curaprox, wenn ihr Handzahnbürsten kauft oder Interdentalbürsten, Sole-Zahnbürsten, was auch immer, dann spart ihr immer 20%. Und mit diesen guten Neuigkeiten wünsche ich euch ein wunderschönes Wochenende. Es ist ja auch ein neues Quartal, ein super Zeitpunkt, seine Zahnbürsten und Bürstenköpfe zu wechseln und neue zu verwenden. Ich mache das immer jedes neue Quartal, so muss ich mir kein Datum merken, zu wann ich wechseln muss, sondern meist immer beim neuen Quartal gibt es neue Zahnbürsten. Und damit wünsche ich euch ein wunderschönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Bis dann! Ciao!